Leck meine Eier ist das gut. Da sind wir. Ja nicht wundern. Wenn ihr mich jetzt mit Bart, mit vollem Bart und so seht und habt mich in den Videos davor schon vor einem Monat schon frisiert und rasiert. Einmal komplett behandelt. Die Zeit haben wir nämlich noch nicht gehabt. Und zwar machen wir jetzt unser viertes MRE. Beim dritten war es ja so traurig. Warum keine lange Hose, weil wir heute 20 Grad haben. Wer jetzt ein bisschen nachrecherchiert, weiß wann ich dieses Video aufzeichne. Tja, heute ist wieder mal MRE Zeit. Und jetzt sind wir mal gespannt was drin ist. Sachen, ich habe ja schon mal gesagt, Sachen die wir schon hatten. Die lassen wir aus. Ansonsten haben wir hier unser Paketchen. Also wie gesagt Sachen die wir jetzt jeden Tag nicht immer weniger haben. Sowas wie die üblichen, ich habe ja schon Rüstung, die üblichen Cracker und Erdungsbutter zum Beispiel. Lassen wir dann weg. Hier haben wir unser Mexican Chicken Stew. Also mexikanisches Hähnchen in unserer Umfeldzeit. Dann haben wir hier natürlich unsere Schale. Dann haben wir hier den Energy Bar Chocolate Flavor. Den hatten wir letztens schon. Das heißt, den haben wir ja gesehen im letzten Jahr. Jetzt hat man so zur Seite. So. Chocolate Hazelnut Kakao Powder. Heißt für euch. Ja. Wir hatten letztes Mal ja nur Schokolade. Das ist jetzt Schokolade Haselnuss. Okay. Die Sachen die wir durchgehen konnten. Kommen wir auf den Hofen. Und die anderen kommen hier rüber. Ja. Geh mal kurz, ich schlöre, ich schlöre. So. Da haben wir hier noch. Oh. Was sieht der da aus? Und zwar Westberry Applesauce. Ähm. 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 Apfel. Himbeer. Westberry ist auch Himbeer gewesen, ne? Ja. Ähm. Ähm. So was wie Ähm. Apfelmus mit Himbeer. Ja. Apfelmus mit Himbeer. Ja. Das hört sich ja. Das hört sich echt lecker an. Dann haben wir wieder unser. Ah. So. Ein Brühkäse. Ja. 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 Muss allerdings nicht gegessen werden. Den hatten wir ja schon. Löffeln die war dabei. Ja. Dann haben wir hier unsere Heizeinheit. Und hier mal rüber. Dann haben wir hier unser Standardpaket. Ne. Salz, Pfeffer, äh. Zucker, Apfelmus. Ähm. Frischungstuch natürlich. Ja. Das. Dann hier rüber. Dann haben wir hier. Pepperoni Pizza Cracker. Okay. Das ist okay. Die probieren wir auf jeden Fall. Und dann haben wir unsere Standardquacker. Die brauchen wir nicht essen, weil... Äh. Sind wir mal ehrlich. Äh. Ja. Die hatten wir schon auch so. Tja. Dann haben wir es auch morgen früh. Morgens früh haben. Also manchmal etwas. Püree ist das. Ah. Püree ist das ja. Mh. Mhm. Okay. Dann äh. Gut aus. Und muss mal einmal ein Behältnis. Dann brauchen wir einmal Wasser. Und das essen wollen wir da. Ja. Ja. Da bin ich doch gespannt. Ja auch. Tja. Legen wir doch los. 3, 2, 1. So. Und wie ihr seht, habe ich extra mehr Fingernägel dran gelassen. Sauber aber dran gelassen. Weil irgendein Idiot immer noch jedes Mal sagt, ich schneide ja mal die Fingernägel. Deswegen habe ich es eben diesmal absichtlich nicht getan. Gut. Wir haben hier unsere Schüssel. Dann können wir jetzt mal unser Püree rein tun. Hier ist zwar eine Anreislinie, aber wann funktioniert... Oh. Die funktioniert. Okay. Das riecht soweit ganz interessant. Ja. Hier haben wir jetzt unser Püree. Das ist wie so ein, äh. Ja. Frühstück. Frühstückspüree. Na ja. Hier haben wir auch so ein Positives. Da waren so viele Sachen bei, die einfach eklig geschmeckt haben. Äh. Dazu gibt es dann unseren Schokoaselnuss. Obwohl ich glaube, das ist eine Scheiße, die mit dem Schokoaselnuss. Weil Früchte generell immer ein bisschen höheren Röhre gehalten haben. Wir müssen näher stellen, ja. Wenn ihr euch das mal ansehen. Hm. Hat doch lecker aus. Jetzt kriegt ihr da Zittergriffe garantiert. Ja. Natürlich. Weil immer wenn ich was für Legales mache, kriegt die. Das Loch hier nicht groß genug. Jetzt ist es zu groß. Oh Gott ey. Okay. Riecht wie zocken runter. Jetzt mal machen wir auch ein bisschen Kakao jedenfalls. Und Kakao hätte ich gerne. Hm. Oh. Ich glaube, das ist schon jetzt zu viel Wasser eingetatt. Naja. Nix hat jetzt noch nicht hierher Mist. Hinten drehen. Hinten drehen. So. Wir haben eigentlich lange Luft geschüttelt hier. Hm. Ich würde das auch ein bisschen Standard für mich kriegen. Aber so wird es nicht flutter. So wird es definitiv nicht flutter. So. Und dass wir das hier auch sauber zu. Ah. Das Glas kriegen. Oh. Ich glaube, ich habe zu wenig Wasser eingetan. Eigentlich habe ich sogar ganz zu viel Wasser eingetan. Komisch. Na ja. Hinten drehen wir mal. Eigentlich habe ich sogar noch zu viel Wasser eingetan. Das ist wirklich nicht. Na ja. Das war so ein bisschen wenig, oder? Wollen wir mal noch ein bisschen Lüch hier. Ich traue dem Gedöns hier nicht. Na ja. Ich habe hier dann blöde Pulver am Löffel. Handnäckige Mist. Kackige. Mh. Gucken wir mal, wie hier unser Fruchtpüree hier ist. Boah, ist das süß. Boah, aber lecker. Ah, so. Mh. Ja, wir haben unser... Klein... Na, mehr oder weniger. Püree am Kakao dabei. Der schmeckt und zwar... Boah, das ist doch schlimmer. Boah, ist das süß. Das ist beides so abartig süß. Und dann haben wir noch einen Pizza-Kraker. Da gucken wir auch mal rein. Gucken, dass das nicht so beschiss ist, wie diese... Äh, ich weiß schon. Nicht so beschiss ist, wie die... Ritzel. Die dann letztendlich... Riecht viel Pizza. Mh. 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 Ja. Innen drin ist so eine... Rote. Von innen so eine Tomatenpaste. Mit so, äh... Mit so, äh... Comatenpaste. Gemischt mit, äh... Käsepulver. Ah, die sind aber lecker. Mh. Doch, die sind lecker. Mh. Uh. Okay. Jetzt aber auf die Stelle. Ich esse mal schnell auf. Ja. Und, äh... Sehen wir uns schon zum Mittagessen. Bis gleich. Tja. Da haben wir unser Menü. Tja. So sieht's aus. Unser... Chicken Stew... Äh... Mexican Style. Diesmal hab ich mir gedacht, äh... Mache ich doch vorher schon mal Salz drauf. Weil Salz fehlt immer. Ich bin doch auch der Mann, nur, dass ich mich da nicht vertue. Ich blödmann hab da noch in die Packung geguckt. Und seht ihr da? Wir haben doch ein Getränk. Ich hab mir nämlich Sorgen gemacht, weil... Äh... War halt nur... War halt nur ein Kakao da. Aber kein, äh... Getränk dabei. Und... Wir haben ja dann noch eins. Damit ich halt auch beruhigt. Und für beim leckeren Essen auch noch ein... Höchstwahrscheinlich jeder... Ach du Scheiße ist das, du's da. Einen leckeren Iso-Drink haben. Und zwar ist das, äh... Restberry-Geschmack. Boah, riecht auch sehr intensiv. Ist das schon ein Toaster, wie ich grad sehe. Schau mal, hab ich mit dem Tisch gesaut. Na ja, gut. Mh... Ui... Boah, wie so ein Fruchtsaft, aber... Boah, ist das süß. Okay, aber jetzt kommen wir mal zum Essen hier. Und mal kurz noch ein bisschen... Unter. Ich bin ja... Guck mal, wenn wir mit dem Tisch gesaut... Na, mach dann ja mal sauber. Passt schon. Soweit sieht's eigentlich ganz interessant aus. Riecht auch gut. Wir erinnern an das erste Essen, was mir... Was schon mal gut riecht. Aus den USA immer eh. Ja, sehr gut. Bei vier von zwölf. Na gut. Wir haben hier Mais, Hähnchen und... Tundfischstücke drin. Ich bin mal gespannt. Nehmen wir mal hier ein dickes Fleischstück. Mh... 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 Ja... Das ist lecker. Meint gut. Also, die ich jetzt Salz mit dran gemacht habe. Wir haben jetzt hier auch noch roter Pfeffer dabei. Red Pepper ist eigentlich auch nichts anderes als... Wie man hier die groben Körner sieht. Ja, so... Es ist eigentlich nicht Pfeffer im eigentlichen Sinne, sondern das sind einfach Rohlingstücke. Die ziehen sich damit in die Soße. Ich muss aber ehrlich ganz ehrlich zugeben, dieses Mal... Mh... Das ist lecker. Das Getränk ist ein bisschen sehr süß. Das könnte man weder strecken auf drei Gläser. Das ist aber immer noch ausreichend. So ganz ehrlich sagen. Ähm... Ansonsten, danke fürs Zusehen. Oh, uh... Jetzt wird's scharf. Ansonsten, danke fürs Zusehen. Ich genieße meinen Mittag noch und äh... Wir sehen uns schon beim nächsten MRE wieder. Das ist nun, das macht's gut nachdem. Hm, das ist lecker. Hm. Hm.